Hallo Menschen und Ihnen, zurück, willkommen, hallo, verkehrt, nochmal, begrüß euch, zurück zurück zum Weihnachtskalender, Adventskalender, wie auch immer ihr es nennen mögt, von Bears Gaming, ich bin der Max und wir spielen nochmal ein Escape Game, irgendwie mag ich Escape Games, ich war jetzt auch schon auf zwei Real Escape, also Real Life Escape Games und das macht mir Spaß, probat, und ja, okay, hier müssen wir wohl, zufällig, zufällig, umprobiert und gerade gleich geklappt, okay, das ist glaube ich ein sehr, aha, ein Goatschlag, okay, machen wir doch mal Feuer, nichts, ja, aber nichts zum Feuer machen, okay, es ist, oh, scheiß, Flash Player Einstellung weg, Geschenke, 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 Windows is frozen, you can't open this, okay, es ist zu kalt, ich muss also Feuer machen, damit ich das Fenster öffnen kann, müssen die auspacken alle hier, ne, ah, Papier, ist irgendwas hinter die Couch gefallen, Geschenke, Handschuhe, okay, jetzt habe ich trotzdem noch nichts zum Feuer zu machen, Ich muss nur eine Menge Geschenke sammeln, Müllkorb, und Stern, ein Stern, passiert denn in 12, nix, so, wie komme ich jetzt auf diese, einfach mal in den Müller mal gucken, wie komme ich auf das Zahlen, auf die Zahlenkombi, eine dreistellige Zahlenkombi, 6, 2, 6, 4 vielleicht, oder irgendwie sowas, das wären zumindest die, okay, nein, okay, wir haben zwei Rentiere, wir haben, der hat sechs Stangen, er hat vier Stangen, 2, 6, 4 haben wir, 6, 4, 2 vielleicht, ne, ähm, hm, okay, ich muss es hier drin, wärmer kriegen, ah, ja gut, mir nützen, mir nützen die ganzen Geschenke nix, ich brauche ein Feuerzeug, und keine Geschenke, ne, da haben wir schon reingeguckt, wenn man jetzt auf die aktuelle Uhrzeit stellt, passiert auch gar nichts, okay, wenn man jetzt auf die aktuelle Uhrzeit stellt, passiert auch gar nichts, aber mit den Handschuhen, irgendwas brauchen muss man ja mit den Handschuhen noch tun, nur was, wird das wahrscheinlich nicht, was ist mit den Handschuhen, hm, 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 es ist tricky, es ist tricky, es ist tricky, es ist tricky, wie kommt man, zwei Sterne, 6, 4, 2, 4, 6, 2, hm, hm, das ist ein Ding der Möglichkeit jetzt unter sechs Stellen passiert aber auch nichts was soll denn auch passieren was sind mit den Handschuhen und was mit diesem Weihnachtsbaum hier also dass da vorher ein Geschenk dran hing wie kann ich auf diese dreistellige Zahnkombi das muss doch irgendwas mit dem Bild hier zu tun haben fehlen noch zwei Geschenke ok hat 6 Stangen 4 Stangen 4 6 2 können wir jetzt vielleicht noch probieren 2 4 6 2 6 4 6 2 4 4 2 6 das gibt es doch nicht ich muss doch wie kommen wir da auf auf diese auf diese auf diesen Zahlencode die Rentiere die Stangen die Stangen Sterne das gibt es doch nicht hier ist aber auch nichts was irgendwie an ok da geht es auf kann ich kann ich irgendwo habe ich irgendwas womit ich diesen Knopf da ersetzen kann oder die untere Schublade aufmachen nicht wirklich ist doch scheiße hmmm unfucking fassbar hängt da fest also ich muss jedenfalls dieses Thermometer ich muss Feuer machen um das da drin wärmer zu kriegen ja das kann ich nicht aufmachen was habe ich denn hier noch hier unten war ein Geschenk ich muss doch irgendwie aha zwölf 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 ich hab zumindest meine Zahl nicht ok ich muss doch irgendwo okay vielleicht kann ich jetzt träumchen jetzt geht uns gleich hier ein Licht auf ja da legst du nieder ja warm ist es 35 ah 1235 das war doch die Uhrzeit die ich vorher zufällig eingestellt hatte zu kalt hallo ich hab doch ist zu kalt you can't touch ok ich hab wohl ne Gabel 1,2,3 das ist gerade oh damn das ist bestimmt der überaus einfallsreiche code für für den für hier oh god ey aber sowas probiert man dann ja nicht aus probiert man dann ja nicht aus weil es ist zu einfach so jetzt muss ich den schmelzen irgendwie aha jetzt fehlen mir aber immer noch zwei geschenke hier kriegst du einen arm wieder nimm die wieder weg ja ist ja schön dass hier jetzt offen ist aber mir fehlen immer noch zwei geschenke oder kommt man an die gar nicht ran hm weiß man nicht ja gut das hatte ich ja jetzt schon mal offen ich hätte halt gern die zwei letzten geschenke noch ne hat die so ein Teller voll Wasser die ich nicht brauche halt das haben wir schon ah halt wir könnten die die Blume gießen mit dem Wasser oh yeah ein Löffel ein Löffel ein Löffel ein Löffel brauchst du einen zweiten Arm Kamerad zack jetzt haben wir doch alles alle geschenke alle geschenke alle geschenke und draußen 16 Minuten 30 circa laut meinem Aufnahmetimer habe gewonnen vielen Dank vielen Dank äh tatsächlich vielen Dank fürs Zuschauen nämlich und ähm ja haut rein wir sehen uns es ist fast so als ob's zum ersten Mal Weihnachten wär es ist fast so als ob's zum ersten Mal Weihnachten wär mit L 부모 것 maps mit her immer sie mit den wirklich Untertitelung des ZDF, 2020